Hey Leute! Erstmal sorry, dass ich Bits an habe, aber es muss gerade sein, denn es ist sehr spät und ja, ich wollte eine ganz kleine Info geben, weil mein altes Intro geht letztlich mehr für mein neues Darstellungs-Pad, deswegen wollte ich fragen, ob mir irgendjemand ein Intro animieren kann und ja, das war's auch schon und ja, bye Leute!